Wir haben jetzt Kaffee gemacht. Schön, schön. So. So, willkommen zur neuen Aufnahme von Mondenwaffa 2. Jetzt mal auf der Map Quarry suchen und zerstören. So, Alter. Wieder die gleiche Truppe. Wie immer. So, jetzt. 3, 2, 1, join. Suchen und zerstören. Shit, warte, schreck mal. Ah, nee, sind bestimmt noch nicht da. Achso, erzählen. Die haben umsonstiges Spiel gekauft. Ja, wer weiß. Was? Er war bei A. War jetzt Nehmeingang. Nicht von Haupteingang. Wo war er? Er war Halle, dort Fenster. Ja. Das ist jetzt aber ein bisschen kackig. Alter, du bist so ein schönes Kämpfer. Ich wollte gerade losgehen, sieht man auch. Ja, ja. Guck jetzt. Hat man ja voll gesehen. Ja, ich wollte gerade raus. Woher kommst du? Gefällt mir. Ja, dann nach oben. Okay. Oh my God. ich hänge fest bist du wo bist du da alter ich war schon längst weg ich war schon von der tür aus wo ganz gut wo er sind im b-lager drin ich habe ihn nicht gesehen das stimmt auch eine andere klasse das stimmt meine vier klasse 2 du hast ihn gerade gesehen da war es plötzlich weg seitenwechsel die kann man jetzt seine vierklasse egal in uns egal ja ich habe für klasse 2 wo ich mich muss planen war ich kann mir jetzt nicht leisten klasse zu nehmen ich glaube dass es jetzt nicht so intelligent versuche ich ja egal wird schon ja ja klappt irgendwie ich bin sehr dankbar dafür ich bin sehr dankbar dafür ich bin sehr dankbar dafür ach dass du ich bin sehr dankbar dafür weil wir heute wieder sind Administratoren dass du mich extrem bei mir schon est ein hier habe ich darf ich weiß vov auf dem Fabrik oben äh Bombe liegt bei Erdberg dieser Berg dort also ich konnte ich wegen erst da bei diesem Jahr auf dem Erdberg schön Egal ich hab Angst bekommen haha ich hab selber Angst bekommen aufs Reflexer mal warte ein Schluck von meinem Kaffee so jetzt Frucht ja jetzt erst oder was was hast du überhaupt für eine Frucht gelassen du hast einen guten 2 Alter 2 Schüsse hat mich getroffen nicht mehr gut natürlich Lika hast du das? hast du das? ja das Ding auf dem Erdberg ist er natürlich war ich das ok ok die waren nur am spawnen also von da her uuuuuh ich weiß nicht von wo ich aber vom äh a ja ich hab Schock gesehen ok was ist das für eine Fruchtklasse Mann was ist das für ein Campen Alter ja ok 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 Ich in der Zeit, was ich schwarz.. Wäschiger Pussy. Mach sofort Schall dein vor. Du hast von mir gar keine Klassen gekloppt. Jaja, Noob. Schwanze. Kümmer diesen Neider hier. Du alt Fresse. Au, nicht gut. Boah, Alter, der fällt zwischen A und B mit irgendwo. Also man weiß nicht, welche Richtung die gehen. Dicke, wieso kommst du von hinten, Alter? Oh, shit. Geil, ist Sorgen, Alter. Boah, genau wo ich plante. Ich verstehe dir wirklich nicht, wie die spielen. Einer ist bei A, einer ist bei B. Egal, ich wusste auch, dass du im Lager bist. Ja, klar, okay. Halt dich auf mit Furchtklassen, Alter. Nein, Furchtklassen ist zu langsam. Okay, nur du. Ich bin tot, die sind von Dings aus gerusht. Erdberg dort. Boah, wie schnell sind die? Der Arme. Alter, wie langsam weiss ich. Alter, Mann, zwei Schüsse, mein Gott. Wo ist er? Er war drüben, ey. Er hat die Bombe aufgehoben. Er hat die Bombe aufgehoben. Ja, gut. Wir haben die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Ach, 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 ach. Suchen und zerstören. Das Ziel zerstören. Bombe erlangt. Bombe liegt bei A, glaube ich. Spot. Ja, A-Spot. Ey. Zahle, du nörst richtig grad. Boah, sorry. Das läuft gut, ja, bei dir. Wie geht? Erstmal, Mann. Schäme auf den. Alter, komm, jetzt wie lange die Scheiße da dauert. Suchen und zerstören. Da beschwert er sich. Die Bombe wurde platziert. Da war er einfach viel zu schnell. Uh, er kommt. Er ist bei der Brücke. Er war bei der Brücke. Was machst du denn, Yusuf? Oh, Yusuf. Boah, geht dicker, ey. Alter, ich dachte, ich hab ne Stinks da. Äh, Semmel. Scheiße, ich kriege platziert. Guck mal jetzt, guck mal. Wollen wir ihn eben ablassen? Er hat aber zweimal genommen. Guck mal, jetzt. Claymore. Suchen und zerstören. Claymore, Frau Dugel. Lass Ziel verteidigen. Lass lät nicht und ich, mache zurück друг caregivers agencies. Sert least ist es je? Nein richtig, auch vielleicht. Schal. Oh, er ist auf diesen Kisten drauf. Bombe ist bei Lager. Er schließt mich an von A. Er holt die Bombe bei Lager. Er war in der Ecke. Boah, er war unter dir genau, Alter. Mit Pumpgun. Wo im Lager, Alter? Bombe war in der Ecke. Ja, Bombe war in der Ecke. Hier gibt es viele Ecken. Seitenwechsel. Hört drauf, da ist das dann ein Spiel. Ja, ja. Streck sieht anders aus. Da fliegen auch so, ne? Also ungefähr. Er ist oben in den Gang da. Ja, er wird geschossen. Geht bei dir die Fahrt hier? Ja, leider. Boah, was tust du bei unserem Spawn, Alter? Er war bei diesem Berg da oben. Und Sari war bei diesem Gang da. Zu A. Er hat einen Dinger, Lager, Lager, Lager. Boah, shit. In der Ecke. Ach, scheiße, Alter. Er hat nachgeladen. Hätte fast mich selber getötet. Egal. Was würde passieren, wenn alle vier sterben auf einmal? Bombe. Was weiß ich denn? Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Oh, er war in der Mitte. Ey, er hat vor dem Dings geschossen. Ah, glaub ich. So, Nix, da. Ach, komm, Schotten, du hast getötet. Einfach durchziehen. Dicker, ich habe einfach durchgezogen. Hab ich gesehen? Nein, nein. Komm, wir haben auch ab unten, der Penner. Ich habe nur auf dich geschossen, Junge. Du hast nicht gestorben. Du hast nicht gestorben. Nein, habe ich nicht. Die erste Kugel war voll daneben, Alter. Da kannst du mir nicht jetzt sehen. Die erste Kugel meine ich vielleicht. Ist doch egal. Du warst halt scheiße. Das ist diese Mitte, diese Fabrikteil da oder so. Diese Mitte. Ah, okay. Ah, da hat der mich verfolgt. Gut, jetzt. Du bist so ein Mixer, Alter. Du chaffst doch. Boah. Suche noch Zerstörer. Das ist so was Nutzig. Ey, halt doch noch einmal deine verflickste Schnauze. Ausrufezeichen. Hört sich wie ein Hund an den Anrad. Putze. Was ist los, Dicke? Die Bombe wurde platziert. Ich bin tot. Wiederhole. Aufklärungsdrohne in Bereitschaft. Shit, shit. Hier ist aber erst da drin im Lager. Ja. Ey, fall doch nicht auf. Oh shit, was für ein Kill. Alter. Oh fuck, Alter. Ah. Da bin ich sofort gestorben. Ja. Oh ja. Boah, Dicke, heute hat es irgendwie gar keinen Sinn, ey. Suchen und zerstören. Bei dir, also, der hat nicht mal die Anwesenheit gemacht. Weißt du, er hat nicht mal die Anwesenheit oder sonst was gemacht. Ja, ich dachte, er macht die Anwesenheit. Scheiße. Weil du weißt doch, wie der Lehrer ist. Ja. Wir haben die Anwesenheit. Ja. Wir haben... Ach, es ist A-Din bei den Dings da. Was hat er da auf mich gewartet? Das sieht so aus wie kacke ist. Ein Harrier, was willst du? Hast du einen Harrier? Du kannst bei beiden wenigstens planen. Er war beim Klan, bei A. Du bist so ein scheiß Tuber, Alter. Ja, aber was anderes kennt er ja nicht. Er kommt rein. Der ist drin, geht defensiv. Er ist drin. Oh Yusuf, Alter, sein Loop bist du. So ein perfekter Loop bist du. Kacke, Alter, was soll ich denn machen, wenn du dich durchdringst? Boah, das Spiel ist gut zu spüren. Sehr gut zu spüren. Da war kein Spiel, ich hab geschossen, er ist gestorben. Wer endet die Mission? Du bist als Einziger übrig. Waren die auf dem Berg drauf? Keine Ahnung. Könnte ich das nicht so genau erkennen. Schade. Oh, er ist bei A bei den Kisten. Bei uns sah Spawn aus, bei diesen Kisten. Bei uns sah Spawn aus. Bei diesen Kisten sind dort. Oh Scheiße. Wir haben die Runde, aber es ist noch nicht vorbei. Oh, es ist noch nicht vorbei. Oh, es ist noch nicht vorbei. Oh, es ist noch nicht vorbei. Hast du mich auch gesehen? Ja, so gerade noch so. Ich renne so. Ich guck so. Oh, Quack. Seitenwechsel. Egal, kommt vor sowas. Komm, nehmen wir. Schon lange nicht mehr gespielt. Achtung, feindliche Aufklärungstrone gesichtet. Oh oh. Ja, das ist bei A. Gut zu wissen. Vorräte sind unterwegs. Aufklärungsdrohne einsatzbereit. Oh, er ist im Gang bei A. Ja gut, left B. Die haben auch Aufklärungsdrohne. Witz! Ja. Ah! Witz, Digger. Ich war schon oben. Fake-Spiel, ja? Pink-Vorteil. So ein Drecksspiel. Oh nein, nein. Oh, boah. Guck mal, ich bin schon längst weg. Wie kann ich denn da sterben? Ist das eine Predator-Rakete? Suche noch zu schützen. Ich bin da drinnen drin. Okay, er meint's ernst. Oh. Oh. Oh, ohhh. Oh, oh. O, oh, er ist das vor. Der Blatt ist immer system um Owner. Feindliche Aufklärung wurde gesichtet. Ach, er war zwischen A und B, diese eine Brücke war unten. Aber er ist ganz genau. Er meinte, der Aufklärung ist zu können und läuft bei dir. Bist du mich verarschen? Teleportiert ihr euch jetzt herum oder was? Du bist so ein... Alter, Alter. Halt die Fresse, du bist... Das war schlimmer als Pille, Alter. Oh, was er hat. Was hat er? Der letzte Gefälsch. Der letzte Gefälsch. Dicker, sein Blutspiller, Alter. Das ist schlimmer als Pille. Sag nicht so. Was ist scheiße hier so? Ach, du freust dich doch. Jawohl. Alter. Schöne Blende. Du bist der letzte. Bring die Mission zu Ende. Ach, der war doch den Fuck, Alter. Das war's nicht. Ich kam da wirklich Sprung rein, ey. Oha, Alter. So ein Dreckskerl mit G18, dann beschwert er sich über... Blablabla. 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 Was hat denn das für ein Unterschied? Was hat denn das für ein Unterschied mit dem letzten Gefecht, ey? Dicker, wenn er das letzte Gefecht hat, dann... Ich knall ihn ab. Er fällt auf den Boden. Da denk ich, er ist tot. Aber er kann noch weiterschießen. Ja, hier kämpfst du hinterm Dings hier. Ja, nein. Campen. Mit einem G18 Ackenburg. Ja, ja. Campen, campen. Schluss doch, dass du da reinkommst. Dann beschwärst du dich über Yusufs Aktion hier, Alter. Yusuf, wisst du das, Alter? Hiiii. Na ja, solche Noobs, dann. Ja, das war's mal mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal.